Liebe Freunde der gepflegten, rein elektrischen Fortbewegung, zieht euch warm an und macht euch bereit für eine kleine, aber feine Geschichte über ein ganz besonderes Auto. Denn heute sprechen wir über den Polestar 2 in der BST Edition 230. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Nun, Polestar hat sich wohl gedacht, warum nicht ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen, um das Ganze noch aufregender zu gestalten. Thomas Ingenlath, CEO von Polestar, meint, dass limitierte Modelle wie dieses der ideale Weg sind, um Farben, Grafiken und Materialien auf eine schnelle und kreative Weise zu implementieren. Man kann also sagen, die BST Edition 230 ist ein automobiles Kunstwerk, das gleichzeitig auch mit seinen inneren Werten glänzen soll. Der Name ist Programm. Die 230 Exemplare dieses Modells, die in Europa und Nordamerika auf die Straßen losgelassen werden, haben ein paar ziemlich besondere Design-Upgrades. Neben der exklusiven grünen Nebula-Lackierung, die einen so richtig schön auf den Straßen auffallen lässt, gibt es auch ein Micro-Suite-Bezug für die Sitze und Lenkrateinsätze. Das Besondere daran, sie sind teilweise aus recycelten Nubuk-Textilien hergestellt, sodass man sich nicht nur wie ein Rennfahrer fühlt, sondern auch noch ein bisschen was für die Umwelt tut. Für alle, die es lieber etwas dezenter mögen, gibt es auch die Farbe Space, ein elegantes Schwarz, das bestimmt nicht unbemerkt bleibt. Aber keine Sorge, falls ihr noch mehr Individualität möchtet, könnt ihr optional auch einen durchgehenden Streifen über das Fahrzeug bekommen. Ein echter Hingucker, wenn ihr mich fragt. Das erinnert mich schon ein bisschen an meine eigenen Tuning-Sünden Ende der 90er Jahre, aber das ist vollkommen okay so. Schließlich läuft auch Manta Manta wieder im Kino. Aber genug von den Äußerlichkeiten, kommen wir zum Kernstück, den technischen Finessen dieses Meisterwerks. Alle Chassis-Upgrades, die schon bei der Polestar 2 BST Edition 270 zum Einsatz kamen, sind hier ebenfalls mit an Bord. Wir reden hier von einer Tiefverlegung um 25 mm, speziell entwickelten Öl ins Stoßdämpfern, einer vorderen Domstrebe, 20% steiferen Federn und einzigartigen schwarzen 21 Zoll Leichtmetallfelgen. Die Polestar 2 BST Edition 230 bringt auch beeindruckende 350 Kilowatt an Leistung und ein Drehmoment von 680 Newtonmeter mit sich. Damit ist man in sagenhaften 4,4 Sekunden von 0 auf 100 kmh unterwegs und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 205 Stundenkilometer erreichen. Und natürlich sind bei diesem Modell auch das Plus-Paket, das Pilotpaket und das Performance-Paket inklusive. 400 mm Bremsscheiben vorne, 390er hinten und speziell angefertigte 245 35 R21 Zoll Pirelli P Zero Reifen im Radkasten. Ausgeliefert wird ab dem dritten Quartal 2023 und der Preis? Los geht es ab 82.000 Euro. Die beiden Elektromotoren, die auch für den Allradantrieb sorgen, werden bei diesem Modell durch eine 78 Kilowattstunden fassende Batterie mit der notwendigen Energie versorgt. Was meint ihr zum Sondermodell? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Hot or not, ihr habt die Wahl. Liebe Grüße aus der Elektrik3-Redaktion, euer Jens. Ciao. Vielen Dank.